Musik 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 Hallo, ich bin Christina Maritta Rumpel, Mentorin für den weiblichen Leb, der Selbstmacht und Lebensentfaltung. Und ich habe einen Tipp für euch. Jetzt findet nämlich die Online-Konferenz Weibliche Werte statt. Für mich ein Muss für jede Frau, die wieder zu sich selbst finden will, die die Kraft des Weiblichen entdecken will und vor allem auch heilsam für sich und für ihre Menschen in ihrem Leben entfalten will. Denn für mich ist ganz klar, die weibliche Kraft, der weibliche Weg, das ist der Weg, der in eine lebensbejahende Zukunft führt. Und es ist ein Geschenk für alle, die jetzt damit beginnen, diese weiblichen Werte zu entdecken und in ihrem Leben zu leben. Ich freue mich auf euch bei der Konferenz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020